Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 33. Und ich weiß und ich möchte mich dafür gleich vorweg entschuldigen, ich bin einen Tag zu spät dran. Nach der kurzen Sommerpause von einer Woche habe ich mir hier jetzt schon mal wieder den ersten Schnitzer geleistet, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, denn das soll jetzt gar keine Ausrede sein, aber der deutsche Bahnverkehr hat Schuld, könnte man eigentlich so sagen, denn in Wirklichkeit wäre gestern die Episode noch pünktlich erschienen, wenn sich die deutsche Bahn nicht dazu entschlossen hätte, den Korridor auf meinem Nachhauseweg abzusperren. Naja, egal, so sei es, aber heute habt ihr den Podcast hier doch nochmal, naja, mit einem Tag Verspätung, aber ab nächster Woche geht es dann ganz pünktlich wieder weiter. Oder ab dieser Woche schon, müsste man eigentlich sagen. Naja, egal, ihr habt es im Titel gelesen, wir sprechen heute über die Olympischen Spiele. Natürlich sollte man, bevor man sich diesem heiklen Thema zuwenden möchte, vielleicht vorweg gleich klären, dass wir nicht über Ideologien sprechen müssen, wenn wir über die Olympischen Spiele sprechen. Wir müssen auch nicht darüber sprechen, wer an welchen Debakeln Schuld hat, wir müssen auch nicht über die Hintergründe sprechen, wir müssen eigentlich nur über das sprechen, was tatsächlich war und vor allen Dingen über das, was vielleicht bald noch kommen wird. Drei Jahre sind es immerhin bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Nächstes Jahr schon sind die Olympischen Winterspiele. Und hier kommen wir zum spannenden Punkt, den wir später nochmal aufgreifen werden, nämlich dem Thema Skibergsteigen als Olympische Disziplin. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Die Olympischen Spiele fanden dieses Jahr ein Jahr verzögert statt, aufgrund der Pandemie. Viele Leute interessieren sich für die Olympischen Spiele nicht und das verstehe ich sehr gut. Aber der Bergsport findet nun erstmals einen Platz bei den Olympischen Spielen in Form des Sportkletterns. Gut, jetzt könnte man sagen, so wie ich das schon mal in der Klettern-Episode des Alpcasts gesagt habe, dass es eigentlich nicht so wirklich was mit Bergsport zu tun hat, wenn man eine Plastikwand empor klettert. Aber man muss das auch von einer sportlichen Perspektive, von einer messbaren Perspektive betrachten. Schließlich stehen wir jetzt hier an dieser Stelle an dem Punkt, dass wir den Bergsport irgendwo messbar machen müssen, um Wettkämpfe dementsprechend austragen zu können. Das passiert übrigens schon seit sehr langem und die Olympischen Spiele tragen in Wirklichkeit da keine Verantwortung dafür, dass der Bergsport wettkampftechnisch ausgetragen wird. Es gibt Trailrunning-Wettbewerbe, es gibt Skibergsteigen als Wettbewerb, es gibt das Sportklettern und so weiter. Wir sind also weit davon entfernt, dass Olympia irgendeinen maßgeblichen Einfluss auf diese Szene hat. Zumindest hätte man das denken können, bis vor wenigen Jahren dann eben angekündigt wurde, dass das Sportklettern tatsächlich eine eigene Disziplin bei Olympia werden soll. Das Interessante an dieser Entwicklung ist aber, dass für Olympia dieses Format des Sportkletterns, diese Disziplin, dieser Sport umgebaut werden musste. Die Hintergründe dafür, die sind offiziell nicht tatsächlich genannt. Man kann also letztlich nur spekulieren. Schauen wir uns aber die Hintergründe an und spekulieren wir einfach mal ein wenig, dann werden wir herausfinden, wo eigentlich der Fisch tatsächlich stinkt. Sportklettern wurde olympisch, weil es tatsächlich ein Sport ist, der immer interessanter wird. Immer öfter werden diese Events auch im Fernsehen übertragen, zumindest wenn sie im eigenen Land stattfinden. Immer öfter findet diese Sportart Interesse bei der breiten Masse. Und das ist für das IOC, ganz allgemein für die Olympischen Spiele, natürlich ein Indikator dafür, dass es sich hierbei um einen interessanten Sport für Olympia handeln könnte. Richtig ausschlaggebend ist es aber offensichtlich auch nicht. Denn wenn man sich andere Sportarten bei Olympia anschaut, die tatsächlich gar keinerlei Aufmerksamkeit erhalten und trotzdem dabei sind, dann hat es irgendwo wahrscheinlich nicht nur etwas mit dem Publikum zu tun, sondern auch mit den richtigen Vertretern vor Ort. Naja, wenn man über das IOC und Olympia spricht, dann kommt man eigentlich gar nicht drum herum, auch über Korruption und Bestechlichkeiten und Freundalwirtschaft, wie man das bei uns so schön nennt, zu sprechen. Aber das können wir eigentlich diesmal etwas außen vor lassen, denn warum Sportklettern nun dabei ist, ich beziehe mich hier jetzt mal auf die, ich sag jetzt mal, das wachsende Interesse an dieser Disziplin, an diesem Sport und begründe es damit. Aber natürlich könnten die Gründe dafür auch ganz andere sein, die ich jetzt eben nicht kenne. Aber sprechen wir über das, was ist. Sportklettern wurde olympisch und damit wurde diese Sportart verhunzt. Und das sehe nicht nur ich so, sondern das sehen vor allem viele Athleten so. Das Format, das es eigentlich so nicht gibt und nur für Olympia in diesem Sinne entwickelt wurde, das ist das Combined-Format. Combined bedeutet, dass die Athleten bouldern müssen, Speedklettern müssen und Leadklettern müssen und dann diese Wertungen miteinander multipliziert werden. Ganz konkret kann man sagen, zuerst beginnt man mit dem Speedklettern, erarbeitet sich hier eine Platzierung, weil manche eben logischerweise besser und manche schlechter sind und diese Platzierung wird dann beim Bouldern mit der dementsprechenden Platzierung multipliziert. Dann wird diese Platzierung wieder multipliziert mit der Platzierung beim Leadklettern und so ergibt sich am Ende des Tages eine große oder kleine Zahl. Der Multiplikator ist hier das, was das Ganze im Bewerb etwas schwierig macht, denn mit dem Multiplikator wollte man möglichst weite und eindeutige Ergebnisse liefern. Man wollte nicht, dass es 1 zu 1 Überschneidungen gibt, man wollte auch nicht, dass Leute punktegleich sind. Das will man eben verhindern, denn sonst müsste man hier anfangen zum Erbsen zählen und das sorgt immer wieder für Kritik. Das Interessante an diesem Combined-Format ist aber, dass wir hier von Spezialisierungen sprechen. Man kann natürlich Spezialisierungen auch miteinander vermischen, aber dann müsste man doch irgendwie einen Teambewerb draus machen. Und das wäre meiner Meinung nach auch hier eine intelligente und interessante Lösung gewesen. Man kann beispielsweise beim Schwimmen natürlich zum Beispiel die eine Disziplin mit der anderen Disziplin, also Kraulen und Brustschwimmen miteinander kombinieren und dann einfach einen Mixed-Bewerb draus machen. Und so darf jeder seine Spezialisierung ausführen und dann hat man eben ein Team. Ganz so hat es aber bei Olympia und beim Sportklettern nicht funktioniert. Deshalb waren die Stimmen von vornherein sehr laut, dass man diesen Bewerb doch einfach teilen sollte. Es sollte eine Medaille für Lead geben, also eine Goldmedaille für Leadklettern, eine Goldmedaille fürs Bouldern und eine Goldmedaille fürs Speedklettern. Dieser Vorschlag und diese Idee wurde nicht umgesetzt. Über die Gründe kann man natürlich auch hier wieder nur spekulieren. Aber für mich ist klar, man wollte hier eben nicht die Kapazitäten dafür freischaufeln. Schließlich ist das ein junger Sport und das erste Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Die Frage ist also, wie viel Risiko möchte hier das IOC eingehen, um einen solchen Sport zu etablieren? Und würde man diesem Sport gleich sehr viel Platz widmen, dann wäre das Risiko natürlich sehr hoch, dass man hier eine gewisse Verdrossenheit bei den Zuschauern erzeugt. Die Sache ist aber, wenn ich persönlich an mich selbst denke, dann verfolge ich Olympia eigentlich selten als das Ganze. Die Sportarten, die mich nicht interessieren, die werde ich mir auch nicht anschauen. Und ob diese Sportarten nun 10 Tage Platz brauchen oder nur einen Tag Platz brauchen, ist für mich dann auch zweitrangig, denn ich schaue mir die Bewerber und die Sportarten an, die mich interessieren. Dabei ist es vollkommen egal, was im Hintergrund oder nebenbei passiert. Aber das sage ich nur für mich. Es gibt sicher viele Leute, die sich alles bei Olympia anschauen möchten und dann möglichst wenig sehr langweilige Formate sehen möchten, die dann auch nochmal breit gestreckt werden. Aber gut, da könnte ich natürlich auch für das Schwimmen sprechen, was definitiv über eine Woche stattfindet und ich vielleicht langweilig finden könnte und hier eine Woche aber nur mit Schwimmen zugeballert werde. Gut, Schwimmen finde ich jetzt nicht uninteressant, aber deshalb ist es für mich auch sehr schwer, das nachzuvollziehen, wie sich jemand, der vielleicht Olympia als Ganzes betrachten möchte, dabei fühlen könnte. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich egal. Man hätte es also machen können, man hätte sagen können, jeweils eine Goldmedaille für Lead, Speed und Boulder. Das wäre die Idealvorstellung gewesen und das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch die Leute, die da tatsächlich drin stecken. Viele hochkarätige Athleten haben sich im Vorhinein dazu geäußert und haben bereits letztes und vorletztes Jahr gesagt, dass sie mit dieser Idee nicht ganz einverstanden sind. Sie leben aber trotzdem damit. Schließlich ist es auch für sie wichtig, bei Olympia entsprechend zu performen, ob ihnen das Format jetzt gefällt oder nicht. Trotzdem haben sie gesagt, sie wollen einzeln gewertete Disziplinen. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ leicht erklärt. Fakt ist, dass sich Kletterer in der Regel auf eine Disziplin spezialisieren. Denn diese Spezialisierung sorgt erst dafür, dass sie da wirklich, wirklich gut darin werden können. Das Combined Format nimmt eben genau hier den Druck nicht gerade weg. Denn jetzt muss man sich plötzlich auf drei völlig verschiedene Disziplinen spezialisieren, die eigentlich auch nichts miteinander zu tun haben sollten. Alle sollten für sich allein existieren dürfen. Das ist natürlich keine Frage. Doch das Combined Format verhunzt hier den Ansatz der Spezialisierungen. Das Speedklettern ist meiner Meinung nach die unattraktivste Form des Sportkletterns. Denn sie ist langweilig. Das sage ich persönlich, nicht als objektive Wertung. Aber ich persönlich finde es eben langweilig. Denn es passiert immer wieder das Gleiche. Und natürlich, eine Millisekunde auf oder ab kann natürlich auch über eine Platzierung entscheiden. Aber am Ende des Tages bleibt es halt immer die gleiche Strecke. Die Frage ist aber, wie sehr wird so ein Combined Format eigentlich die Kletterer beeinflussen? Wie viel hat es tatsächlich an Unterschied gebracht? Was hat sich tatsächlich geändert, wenn man es mit den Ergebnissen der üblichen Disziplinen als Einzelwertung im World Cup beispielsweise vergleichen möchte? Und dafür muss man sich eigentlich nur die Platzierungen und die Medaillen ansehen. Bei den Herren ist es nämlich sehr, sehr spannend. Alberto Ginos Lopez hat hier den ersten Platz, also die Goldmedaille, geholt. Der ist aber eigentlich auf der World Cup-Bühne noch gar nicht mal so groß. Natürlich ist er ein fantastischer Kletterer. Und darüber braucht man auch gar nicht reden. Und er trainiert immer wieder auch mit Adam Ondra zusammen und sie unterstützen sich sehr stark. Und sie sind tatsächlich wirklich, wirklich beide wirklich, wirklich starke Kletterer. Aber Adam Ondra, wenn man gleich bei dem Namen bleiben möchte, ist mit Abstand der beste Kletterer bei den Herren der Welt. Es gibt keinen, der bei Olympia eigentlich eine bessere Chance hätte haben sollen auf die Goldmedaille. Denn er ist der beste Felskletterer der Welt. Er ist wahrscheinlich der beste Hallenkletterer der Welt, zumindest was das Leadklettern betrifft. Und auch beim Bouldern ist er wahrscheinlich unter den Top 5 der Welt. Er kommt aber in der Platzierung der ersten drei gar nicht vor. Und man könnte natürlich sagen, naja, hatte er eben einen schlechten Tag. Hatte er eben eine schlechte Woche. Aber wenn man sich die Performance dieses Athleten angesehen hat, dann weiß man, er hatte keinen schlechten Tag und er hatte auch keine schlechte Woche. Er war das Opfer einer Platzierung und einer Bewertung und einer Wertung eines Wettbewerbs, die vollkommen absurd war. Alberto Ginos Lopez hat diesen Bewerb verdient gewonnen. Denn es gibt kein unverdientes Gewinnen in einem Bewerb, bei dem die Wertung von vornherein klar ist und feststeht. Aber, dass Alberto Ginos Lopez hier tatsächlich den ersten Platz abgeholt hat, damit konnte niemand rechnen. Genauso ist es auch bei Platz 2. Nathaniel Coleman ist auch einer der Favoriten gewesen, aber ist definitiv nicht einer der besten Sportkletterer der Welt. Und es ist bezeichnend, dass diese beiden Athleten hier den ersten und den zweiten Platz im Combine-Format bei den Olympischen Spielen holen konnten. Man kann natürlich darüber streiten, gibt es einen unverdienten Sieg? Nein, in diesem Fall nicht. Aber ist das Format irgendwie ansatzweise das Richtige, wenn solche Athleten plötzlich die Top-Athleten der Welt verdrängen können aufgrund von Zufall oder Glück? Denn mehr als Zufall oder Glück braucht es nicht, um bei einem Combine-Format plötzlich sehr weit nach oben zu rutschen. Gerade das Speed-Klettern, wenn man nicht darauf spezialisiert ist, ist eine so unglaublich schwer einzuschätzende Variable, die einem tatsächlich das komplette Ergebnis versauen kann. Wenn jemand das ganze Leben lang Speed-Klettert, dann ist es nicht sehr verwunderlich, dass er jedes Mal oder die meiste Zeit bis nach oben kommt und jedes Mal auch eine sehr, sehr gute Zeit schaffen wird. Wer aber eigentlich aus einem völlig anderen Bereich kommt und erst die letzten zwei Jahre angefangen hat, sich mit dem Speed-Thema auseinanderzusetzen, der hat zwangsläufig diese Unsicherheit in sich, dass man manchmal vielleicht einen Fehlstart macht, dass man manchmal vielleicht einfach zu langsam ist oder vielleicht irgendwo abrutscht. Speed-Klettern beinhaltet sehr viele Zufallskomponenten, zumindest solange man es nicht seit ewigen Jahren immer und immer und ausschließlich trainiert. Das betrifft aber fast alle Kletterer, die bei Olympia dabei waren. Die Olympia-Teilnehmer waren selten reine Speed-Kletterer. Sie waren selten ausschließliche Speed-Kletterer. Sie waren meistens so ein Mischmasch. Mawem beispielsweise war auch ein guter Boulderer und ein guter Speed-Kletterer. Er hatte eigentlich sehr, sehr gute Chancen, hat es aber keiner Medaille gebracht. Am dritten Platz wiederum bei den Herren finden wir Jakob Schubert. Jakob Schubert hatte man tatsächlich sehr, sehr gute Chancen ausgerechnet. Obgleich er beim Speed natürlich eher schlecht einzuschätzen war. Beim Speed-Klettern, und das ist mein größter Kritikpunkt an den Olympischen Spielen, da hat man eigentlich diese Zufallskomponente sehr, sehr stark bewertet. Denn sie ist genauso viel wert, die Platzierung zumindest, wie das Bouldern und das Lead-Klettern, wo es sehr viel mehr um Technik, um Taktik, um Nachdenken, um Beta, um Kraft und Ausdauer und um ein gewisses Maß an Fähigkeiten, spezifischen Fähigkeiten geht. Man muss aber gleichzeitig eben auch sehr flexibel sein. Man muss gleichzeitig sich sehr schnell auf völlig ungeahnte Situationen einstellen können. Das alles hat mit Speed-Klettern allein nicht viel zu tun. Obgleich ich natürlich das Speed-Klettern für sich als Disziplin damit nicht diskreditieren möchte, ich möchte in erster Linie sagen, dass das zwei verschiedene Welten sind. Bouldern und Lead-Klettern kann man meiner Meinung nach relativ gut vergleichen. Es ist zwar natürlich im Aspekt der Kraft und der Ausdauer etwas anderes, aber auch wenn man sich die Geschichte dieser beiden Disziplinen anschaut, dann merkt man, dass sie erstens mal sehr alt schon sind, dass es sie schon sehr lange gibt und dass die Athleten auch dementsprechend schon seit Jahren oder Jahrzehnten dafür trainieren können. Schauen wir uns das alles auch nochmal bei den Damen an. Akiyo Noguchi hat die Bronzemedaille geholt, Mio Nonaka die Silbermedaille und Yanya Garnbrett die Goldmedaille. Diese drei Platzierungen gehen, wie auch bei den Herren, natürlich vollkommen in Ordnung. Der Bessere hat eben in diesem Format gewonnen. Akiyo Noguchi war definitiv keine Favoritin. Natürlich, sie hatte einen Heimvorteil, zu Hause hat sie ihren Wettbewerb bestreiten können, aber sie ist mittlerweile auch im internationalen Bewerb nicht mehr an der obersten Spitze gewesen. Da gab es mittlerweile schon sehr viel Jüngere, die sehr viel besser performten. Ihre goldene Zeit war einfach schon vorbei, aber sie war immer noch definitiv immer wieder bei einem Final dabei. Sie war immer wieder in Semifinals dabei. Sie war keine schlechte Kletterin. Mio Nonaka war eigentlich genau das Gleiche, nur sie ist noch ein Eck Jünger. Dementsprechend ist sie auch noch länger dabei bei dem Ganzen. Aber auch sie ist zwar immer wieder bei World Cup Finals dabei, aber eine absolute Topathletin, mit der man eigentlich immer rechnen konnte für einen ersten, zweiten oder dritten Platz, war sie bis heute nicht so wirklich. Auch hier, sie hat hier wieder die Silbermedaille geholt. Hier sehe ich in den Einzeldisziplinen deutlich stärkere Kletterer und Klettererinnen, die hier den Platz belegt hätten, wenn man es eben als Einzelwertung gewertet hätte. Janja Garnbrett, die hätte, da brauchen wir uns nichts vormachen, außer beim Speedklettern wahrscheinlich ohnehin überall die Goldmedaille geholt, wenn es hier Einzelwertungen gegeben hätte. In diesem Sinne, da braucht man natürlich nichts kritisieren, aber tatsächlich wäre auch ihre goldene Medaille ins Wanken geraten, wenn man sie beim Speed so abgeschnitten hätte, wie sie eben abgeschnitten hat, aber dann vielleicht beim Bouldern oder beim Leadklettern ihr ein Fehler unterlaufen wäre. Trotzdem hat sie das alles sehr souverän gelöst und konnte dementsprechend die Goldmedaille vollkommen verdient abholen. Wir brauchen also nicht darüber diskutieren, ob diese Wertungen fair sind. Es sind sie. Also sie sind fair vergeben worden, die Umstände waren offensichtlich und klar. Aber man muss sich vielleicht kurz darüber unterhalten, warum eigentlich so viele Athleten sich im Vorhinein über dieses Event so beklagt haben. Erstmal muss man sagen, dass Olympia natürlich in Tokio ohnehin unter einem sehr, sehr schlechten Stern stand. Schließlich konnte großteils kein Publikum zusehen. Schließlich war alles sehr, sehr viel schwieriger, als es ohne Corona gewesen wäre. Aber andererseits muss man auch sagen, dass da die Olympischen Spiele eben ohnehin schon um ein Jahr verschoben wurden, man ging davon aus, dass man normale Verhältnisse wiederherstellen konnte. Dem war aber eben nicht so. Das ist für alle Athleten und alle Beteiligten eine schwierige und spezielle Situation. Aber alle mussten sich auch gleichermaßen darauf einstellen. Insofern kann man hier eigentlich keine Unterschiede für die Athleten entdecken. Gerade dadurch, dass es das erste Mal ist, dass Sportklettern olympisch wurde, kann man auch sagen, die Athleten können keinen Vergleichswert haben. Also können sie es auch mit keiner Normalität unter Anführungszeichen vergleichen. Natürlich muss man auch die Komponente mit einbeziehen, dass unter olympischen Umständen das Ganze mit dem Druck und der mentalen Stabilität nochmal etwas schwieriger wird. Natürlich ist gerade, wenn man das allererste Mal bei den olympischen Spielen ist, die Nervosität ein Faktor. Und ich gehe davon aus, dass auch das bei der Performance dann letztlich mitspielt. Man kann also diesem Combined-Format nicht die volle Schuld für diese Resultate geben. Wenn aber so viele Athleten darüber sprechen, dass es ihnen mit diesem Bewerb nicht gut ging, dann hätte man meiner Meinung nach definitiv darüber nachdenken müssen, das abzuändern. Andererseits könnte man auch sagen, dass hier die, unter Anführungszeichen, Flexibilität der Athleten natürlich etwas ausschlaggebend ist. Hätte man tatsächlich so ein großes Problem mit dieser Art des Sports gehabt, dann hätte man das Ganze natürlich auch boykottieren können. Hat man aber nicht. Also könnte man auch sagen, dass die meisten Leute, die hier angetreten sind, zwar ein Problem damit hatten, aber es letztlich dann doch hingenommen haben. Also kann es ja gar nicht so schlimm gewesen sein, oder? Ich finde, es braucht definitiv ein Umdenken, wenn wir über die Sportklettern bei den olympischen Spielen nachdenken wollen. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir es schaffen, diese Bewerbe voneinander zu trennen. Und zu sagen, jeder kriegt für seine Spezialisierung eine Goldmedaille. Das wäre wichtig. Auch wenn das Sportklettern ein junger Sport ist und trotzdem, der trotz der ganzen Beliebtheit natürlich das erste Mal bei Olympia ist, muss man das sportliche Denken der Athleten verstehen und muss verstehen, wofür sie hier kommen. Sie kommen nicht für das Combined-Format. Sie kommen eigentlich nur, um den olympischen Gedanken mit dem Sportklettern zu verbinden und gleichzeitig natürlich auch einen Erfolg feiern zu können, aber in einem Format, zumindest dieses Jahr, das es eigentlich so nicht geben sollte. Dass die Athleten hier unzufrieden sind, das kann ich ihnen wahrlich nicht verdenken. Wenn man darüber nachdenkt, dass Leute jahrelang im Bouldern trainieren, jahrelang im Leadklettern trainieren oder jahrelang auch im Speedklettern trainieren, und dann müssen sie sich bei Olympia geschlagen geben, weil sie in ihren anderen Wertungen eben so viel schlechter waren, weil sie sich eben mit diesem Thema noch nie auseinandersetzen mussten oder wollten. Es gab für die Athleten die Chance, bei Olympia endlich dabei zu sein, aber das Wie, das hat ihnen eben nicht gefallen, denn so war der Deal in den letzten Jahren eben auch nicht. Nun musste man also überlegen, will man Olympia haben und zu Umständen, die einem nicht gefallen, oder will man es lassen? In diesem Fall hatten sich die meisten eben für den Kompromiss entschieden, dass sie eben bei Olympia mitmachen, aber eigentlich nicht so richtig wollen. Ich möchte es ihnen auch nicht verdenken, ich möchte ihnen auch nichts absprechen, aber ich kann auch den Frust auf der anderen Seite der einzelnen Athleten verstehen, die hier auf sechster oder siebter Stelle gelandet sind, obwohl sie eigentlich so viel besser hätten sein können. Ich verstehe auch die andere Seite, die sagt, hey, ihr müsst eben einfach allgemeiner trainieren, ihr dürft euch nicht so spezialisieren, ihr dürft nicht einfach alles auf eine Karte setzen, das heißt, ihr seid dafür selber verantwortlich, wie die Platzierung am Ende aussieht und es ist doch eigentlich auch ganz schön, wenn hier eine gewisse Dynamik in der Platzierung entsteht. Ja, für den Laien mag das als Zuschauer natürlich auch gelten, aber für die Leute, die jahrelang trainieren, ist das trotzdem unbefriedigend, wenn sie irgendwo weit unten in der Platzierung sind, obwohl sie sich über die letzten Jahre genauso den Arsch aufgerissen haben, wie alle anderen. Nathaniel Coleman, Jakob Schubert, Alberto Ginos Lopez, Mio Nonaka, Akiyo Noguchi und Yanja Garnbrett haben allesamt ihren Titel verdient, aber wären diese ganzen Disziplinen für sich allein gewertet worden, dann wären die Platzierungen definitiv gänzlich andere gewesen und an manchen dieser einzelnen Disziplinen hätte man eben manche Kletterer erst gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das IOC eben genau das befürchtete, dass es Disziplinen geben wird, in denen einfach dann voll oder sehr wenige antreten. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, es hätte genug Menschen gegeben, die dementsprechend angetreten wären. Es gibt in jeder einzelnen Disziplin sehr, sehr viele Kletterer und es hätte wahrscheinlich auch einige gegeben, die über Kreuz, also in beiden Disziplinen, zumindest beim Bouldern und beim Leadklettern angetreten wären. Gehen wir aber weg von diesem Klettergedanken. Gehen wir hin zu einem anderen Thema, das hier eigentlich auch noch einen Platz finden sollte, nämlich der Zukunft. In der Zukunft wird es das Sportklettern wahrscheinlich wiedergeben. In drei Jahren werden wir Yanja Garnbrett und Co. wieder sehen, wie sie die Wand hochlaufen, die Wand hochbouldern und die Wand hochklettern. Die Frage ist nur, ob wir es wieder in diesem Format sehen oder ob wir uns dann das nächste Mal darüber freuen können, dass es Gold, Silber und Bronze für jede Spezialisierung gibt. Aber auf der anderen Seite werden wir, zumindest bei den Winterspielen, eine ganz neue Disziplin finden, nämlich das Skibergsteigen. Und dieses Skibergsteigen, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn auch hier können wieder sehr viele Fehler passieren, wenn es nicht richtig umgesetzt wird. Sehr konkrete Pläne dazu gibt es noch nicht so wirklich, aber man weiß auf jeden Fall schon mal, dass es sich um das standardisierte Format des Skibergsteigens handeln wird. Das heißt, dass man quasi einfach um die Wette aufsteigt etc. und dann wird das dementsprechend gemessen. Das Skibergsteigen als sportliche Disziplin ist unfassbar anstrengend. Es ist zu vergleichen mit dem Trailrunning und ich bin gespannt, ob es nicht auch irgendwann das Trailrunning in die olympische Agenda schaffen wird. Aber gerade beim Skibergsteigen sehe ich auch wieder das Problem, es ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite machen wir hier aber jetzt schon wieder aus einem bergsteigerischen Element einen Sport. Und das hat beim Sportklettern jetzt eben nicht so wirklich funktioniert, auch wenn man natürlich argumentieren kann, dass das Sportklettern mit bergsteigerischen Elementen auch nicht mehr viel zu tun hat. Das Langlaufen, wenn man das vergleichen möchte, das hat mit bergsteigerischen Elementen aber nichts am Hut. Das Skibergsteigen, ironischerweise, hat es das ja auch schon im Namen, eben schon. Der Wettkampf ist etwas, was in den letzten Jahren in den Bergen immer wichtiger wurde, immer omnipräsenter wurde und dementsprechend sollte man sich damit beschäftigen, ob noch mehr Wettkampf in Form von Skibergsteigen tatsächlich ein intelligenter Ansatz ist, um den Leuten das Skibergsteigen und das Bergsteigen als solches schmackhaft zu machen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber persönlich ist es schon so, dass wenn ich mir bei Olympia die verschiedenen Disziplinen anschaue, ich schon Lust kriege, auch diese Sportarten mal auszuprobieren. Das hat mich so gefesselt, dass ich beispielsweise beim Turnen dieses Jahr bei Olympia eben mir auch solche Turnringe gekauft habe, weil ich diese Bewegung so interessant fand und das einfach selber auch machen möchte. Ich bin da richtig auf den Geschmack gekommen. Jetzt könnte das natürlich sein, dass das nur mich betrifft und dass das eigentlich alle anderen eh nicht so mitnimmt und fesselt, was bei Olympia so passiert. Aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass es eigentlich auch Leute geben wird, die sich das Skibergsteigen anschauen und sich dann denken, hey, eigentlich ist Skibergsteigen oder Bergsteigen in den Bergen und so eigentlich ein ganz cooler Sport. Und da muss ich natürlich auch gleich wieder so ein bisschen an die Skitouren denken, wo der Markt natürlich komplett explodiert ist und jeder heute Skitouren gehen will und muss, weil es alle anderen auch machen. Und da bin ich natürlich dann wieder vorsichtig, wenn ich darüber nachdenke, dass wir jetzt Skibergsteigen auch olympisch machen und plötzlich die ganze Welt sich Skibergsteigen anschauen kann. Beispielsweise das Biathlon oder Langlaufen als einfachere Disziplin, die hat doch an Interesse gewonnen und an ausübenden Athleten gewonnen, dadurch, dass es olympisch ist. Jedes Mal, wenn Olympia stattfindet, dann finden sich schon einige Leute, die, nachdem sie das gesehen haben, sich auch vielleicht Langlaufski kaufen und das auch mal irgendwo in Seefeld hier in Tirol ausprobieren wollen. Und das verstehe ich vollkommen. Aber gerade beim Skibergsteigen muss ich sagen, auf der einen Seite haben wir schon sehr, sehr viele, mehr oder weniger unter Anführungszeichen, Athleten hier in den Bergen, die Skibergsport betreiben. Auf der anderen Seite haben wir auch das Problem, das Skibergsteigen nicht mit dem Tourengehen vergleichbar ist. Aber ich hier befürchte, dass es vielleicht doch eine gewisse Vermischung oder eine Verwechslung geben könnte und viele Leute dann plötzlich in Lawinengefährdeten hängen unterwegs sind, weil sie Skibergsteigen gehen wollen. Außerdem hat das typische Skibergsteigen, wie man es dann bei Olympia sehen wird, auch wahrlich nichts mit dem Tourengehen in den Alpen zu tun, denn da ist die Ausrüstung auch eine ganz, ganz andere. Die Leute beim Skibergsteigen haben Ultralight-Ski, haben Ultralight-Bindungen, haben Ultralight-Schuhe, nochmal sehr, sehr spezifische Schuhe vor allen Dingen und sind extrem, extrem trainiert und sind vor allen Dingen in lawinensicheren Gebieten unterwegs. Der Tourengeher in den Alpen, der ist das alles nicht. Er ist weder Ultralight-Unterwegs noch sehr sicher unterwegs, wenn er sich nicht dementsprechend vorbereitet. Der Athlet, der muss sich auf deutlich weniger oder vor allen Dingen auf andere Dinge konzentrieren im Vergleich zu einem Bergsteiger. Der Athlet konzentriert sich vor allen Dingen auf seine persönliche Fitness und viel weniger um den Gedanken der Sicherheit, denn die Umstände werden genormt, sodass der Sicherheitsaspekt wegfällt für den Athleten. Er muss sich eigentlich nur um seine eigenen Leistungen Gedanken machen. Er muss sich Gedanken machen um die Ausdauer, um die Fitness und so weiter. Genauso wie beim Sportklettern auch. Wir müssen uns nicht über die Routenführung viel Gedanken machen, wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, ob es irgendwo Runouts gibt in einer alpinen Kletterroute beispielsweise, ob es Steinschlag geben könnte. Das Einzige, womit sich der Athlet beschäftigen muss, ist die eigene Fitness. Grundsätzlich möchte ich das auch überhaupt nicht verteufeln. So funktioniert Wettbewerb eben. Wenn jemand über den Atlantik schwimmen möchte, ist das trotzdem einfach was anderes, als wenn jemand die 5000 Meter im Schwimmbecken schwimmt. Und das ist dementsprechend auch eine gewisse Tradition, dass der typische Sport mit dem Sport im wilden, freien Gelände nicht viel gemein hat. Der Bergsport bei Olympia polarisiert. Er polarisiert dieses Jahr, weil das Format vielerlei Fehler und Probleme aufweist und viele Leute eben etwas gegen diese Art des Formats haben. Das Skibergsteigen wird bei den kommenden Winterspielen das erste Mal dabei sein und man wird sehen, wie sich das auf die Zuschauerschaft auswirkt, ob Leute sich für das Skibergsteigen begeistern können oder nicht. Und übrigens, dagegen habe ich natürlich auch überhaupt nichts, wenn sich Leute für eine neue Sportart begeistern. Das ist eigentlich umso besser, denn dann bewegen sich die Leute und haben Spaß. Was sagt ihr zum Thema Olympia? Olympia und Bergsport, passt das irgendwie zusammen? Oder sagt ihr, nein, eigentlich gehört das überhaupt nicht zueinander und in Wirklichkeit sollte man das trennen. Diese Sportarten haben bei Olympia nichts verloren. Eure Meinung würde mich dazu wirklich interessieren. Ich weiß, das ist hier schon wieder ein sehr kontroverses Thema, aber ich freue mich natürlich über jede Meinung. Schreibt es gerne an kontakt.alpenbeacademy.at Ich greife das auch gerne in einer weiteren Episode auch wieder auf und vor allen Dingen schreibt es in die YouTube-Kommentare, da gibt es dann eben eine rege Diskussion. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.